Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir haben in der letzten Folge auf dem Schrottplatz an überall, wo wir Benzin gefunden haben, das Benzin abgepumpt und werden schauen, ob es da oben noch mehr geben wird. Gabe, bleiben Sie nah an Javi, verstehen Sie? Oh, gut. Hey, 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 look, there's one they never took to pieces. Good catch. So, warte, bevor ich damit... Okay, da gäbe es nur einen Schrotthaufen, die Brüllen wir, glaube ich, jetzt hinterher suchen, okay. Schauen wir mal. Shit, lockt. Still might be gas in the tank, though. Ja, dann würde ich mal sagen, auf fröhliches Pumpen. Shit, lockt. All right, here goes nothing. Fuck yeah! Das ist noch sehr, sehr viel gut. Gut, dass da so viel noch drin ist. Das ist sehr, sehr schön. Und da sind wir schon nach ihr uns erstmal. Oh, du bist. Oh, du bist so. Damn, ich bin jetzt nicht. Oops. Ich bin jetzt nicht zufrieden. Aber Alter Schuppen oder Wohnwagentyp oder so, alter Wohnwagen. Jetzt ist halt die Frage, gucken wir über die Lücke oder gehen wir durch die Tür? Komm, wir gehen durch die Tür. Locked. Okay, also doch durch die Lücke. Ja. Warum hat das eigentlich jedes Haus in Amerika? Jedes Haus in Amerika hat irgendwo ne verdammte Luke, wo du von unten rankommst. Immer. Ich bin ehrlich, ich würde mich beeilen, weil ich glaube, dass da... nicht das cleanste Ort. Oh, woher kommen werden. Also bemerkbar. Guck mal, ich kann mit Gabe sprechen. Okay. This place is decked out. Guck mal, zwei Batterien für meine Rihanna. Ja. Jetzt, äh, ihr Kopfhörer wieder funktionieren. Are you kidding me? Lucky for you. They put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Mhm. Oh Gott. Oh, check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. This place does have a funny feeling about it. And if Muertos were to somehow surround us. Great. Now I'm officially creeped out. Come on. One night. You bunk down. Eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The hurt is coming. If it's not here already, we should go and get ahead of it. Before it's too late. The fence has reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Bobby? Can we? We're gonna get what we came for and get out of here. Great. Another shitty cramp night. In our shitty cramp van. Hooray. Come on. Let's at least grab the food. Are you happy that you can sleep? You can sleep right on the street. Oh. Guess what? Uh now. You can really drown us out. Uh. Uh huh. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? It must be a new sensation for you. Ich weiß nicht, du bist wieder in der Van? Alles, was ich sage, ist, du hast mir einen. Ja, du hast mir ein paar. Also, du hast mir ein paar. Also, ich werde es dir aus. Hey, Kate. Kannst du uns helfen mit dem? Hey, äh, warte, aber du... So kannst du dich auf, dass du der schlechte Typ bist. Danke. Grab ein bisschen Gas. Wir müssen bald raus gehen. Hm. Schokoriegel. Und unser... ...Brenzin. Was für die F*** du denkst, du mit unserem Gas machst? Das ist euer Benzin. Komm, sprich auf! Oh, nee. Oh, nee. Ja, das ist nur ein Pferd. Wir brauchen es wirklich gut. Wir? Ich wusste nicht mehr, dass du hier bist. Du bist nicht alleine oder Typen. Ich weiß nicht. Ich weiß, du hast Leute. Sie sind raus, um sich herum. Aber sie werden bald wieder zurück. Sie werden nicht zufrieden, wenn sie dich auf mich sehen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann wieder, vielleicht sind sie schon hier. Sie warten, um zu machen. Wir warten, um die anderen zu sehen. Loni, du bist mit mir. Oh, nee. Hey! Du bist hier drin. Ich habe dich. Wenn du nicht willst, dass du sie rauskriegst, dann kommst du rauskriegst. Du bist mit deinem Handeln. Los geht's, du zuerst. Du bist mit deinem Mann selbst. Das wird mir machen. Mh mh mh. Öffne es wirklich langsam. Oh, hunga, hülye. Oh, hunga, hülye. Ich glaube, du kommst richtig cool rüber. Ey. Ah. Ihr wolltet schon mal überfahren. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, your buddy is not thinking straight. So let's talk. Okay, you and me, we can get this sorted out. Now it's his call. Look man, this doesn't have to go. What the fuck was that noise? What you got hiding under there boy? Ich versteck gar nix. If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Ah. Fuck. Guys, get the fuck in here! Ich glaub, das ist die einzig gute Wirklichkeit bis jetzt sollte. Holy shit! Ich hab hier nur ein bisschen... Ich hab hier nur ein bisschen mit ihm gerangelt. So, auf Freundschaftsbasis. Ich hab hier nur ein bisschen mit ihm gerangelt. Ich hab hier mit ihm gerangelt. Ich hab hier gewonnen. Wacht, 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 wacht! Wacht, wacht, wacht! Oh, la. Oh, la! Oh, la! Oh, la. Oh. Hey, mein Familie, woher sind sie? Was ihr mit meiner Familie? Was ist ein ganzes Mann? Ein wunderschön. Wir tun uns beide ein Wunsch und zwar, dass du noch nicht schlau. Ich würde nicht anfangen, wenn ich dich wäre. Du bist froh, dass wir etwas anders machen. Ich bin bereits verspürt, dass du einen Blut in deinem Kopf hattest, was du zu Lonnie da war. Wenn wir anfangen, dann werde ich mich wunderschön. Du musst zurückkommen. Meine Familie ist zurück. Hey, du musst mich hören. Ja, und das ist der Grund, dass wir wegkommen sind. Bitte, einfach... Stop, okay? Du willst mich nicht aufschraubt, Mann? Keine Worte, oder Gott, ich werde dich selbst schlafen. Wir haben noch eine Halle vor uns, und ich werde nicht hören, was du... Stopp! Stopp! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Hey! Hey! Oh, shit! Musste ich tun. Ich wüsste... Ah, fuck! Ja... All right. That's good. Just keep looking forward. Oh, Clementine! Oh, okay. Oh, okay. Ich habe Hilfe. Das ist nicht, was es für mich ist. Das ist, was du einfach zu dir hältst. Das ist nicht, was ich bedeutet. Das ist nicht, was ich bedeutet. Okay. Jetzt mach nichts von schweißen. Weil ich lebe viel schneller als du, wie du. Du bist ein Kind. Was, warte, hast du das gemacht? Mit dem Baum? Ich versuchte, um den Auto zu verhindern. Oh, Scheiße. Was hast du den Auto? Was hast du den Auto? Um zu fahren. Steig deine Hände, und schluck deine Augen. Schau, ich bin die Verwichter hier. Wir sind alle Verwichter. Oh, also, es ist okay für dich, um mich zu verhindern? Das ist Payment, um dich zu retten. Hey, das ist für meine Freundin. Sie lieben die Schokolade mehr als alles. Ich versuchte es zu ihr. Bitte. Ich versuchte es. Ich bin nicht... Ich muss nur wissen, woher ich bin. Wir fahren nach 522. Und das ist, wenn wir die Schokolade gefunden haben. Sie sind noch da. Ich muss sie zurückkommen. Ich weiß, woher das ist. Du sagst, dass du fahren bist? In unserer Van, ja. Ich versuchte dich in die Schokolade. Wenn du mir deine Van haben kannst. Ich versuchte dich dort in einem Stück, dann gehe ich weg. Das Van ist unser Haus. Das ist alles, was wir haben. Das klingt wie ein Nein. Wie solltest du mir die Richtung, wie ein normaler Mensch? Wie solltest du dich schraubst und gehst die Van? Das ist eine bessere Sache für dich. Ich versuchte dich. Wir gehen. Ich bin Clementine. Es ist schön, Clementine. Wenn du so sagst. Nein, das ist so total. Du hast es gut gemacht. Schöne. Du willst nicht sprechen, gut. Tapi wie sollst du mir die Schraubchen zurückgeben, so ich was mich einmalig zuerst tut? Mit all ich wissen, te sagst du 힘들st und benutzt mich. Ja gut, das ist richtig. Ich sehe schon, die beiden werden sich top verstehen. Wer ist in diesem Junkyard? Meine Brüder. Und seine Frau. Es ist unglaublich, das so lange zu leben. Ich bin nicht sicher, wie du es getan hast. Es ist einfach, dass alle zusammenkommen sind. Gabe und Marianne sind sehr schwerer Kinder. Sie lernen, wie sie zu leben. Sie wissen auch ein paar Dinge über das. Ja. Ja. Wie geht es dir? Du war ziemlich jung, als das angefangen hat. Ich war. Aber ein paar Leute schaut mich auch an. Was ist mit ihnen? Es ist das Gleiche, wie alle passiert. Was ist mit ihnen? Das ist doch tatsächlich eine Stadt oder so. Ich habe doch... ich bin doch... ich bin doch ausgerufen. Wir sind da! Geh nach der Tür! Das war's. Was soll sie denn? Ich kann nicht die Garten so weit wegklappen. Ich kann nicht die Tür öffnen, bis sie rausklappen. Ist das nicht genug? Das ist klar. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. hmm Hmmmm Geh deinen Schein rein! Komm schon, jetzt! Okay Gott, verdammt, Francine! In einer dieser Tage wird die Tür öffnen und deine Schein wird auf der anderen Seite sein. Ja, und wenn dieser Tag kommt, Tripp, ich versuche, ich werde dich zuerst. Es ist Clementine, nicht wahr? Du bleibst während dieser Zeit? Nein, als die Walkers passen, ich ziehe diesen Mann in eine Schleuchte aus der Straße. Meine Familie könnte da sein, zu einem sehr schlechten Mann. Ja, verdammt. Ich bin wirklich entschuldigt, zu hören. Diese Herd wurde in ziemlich schnell. Wir hoffen, dass es so schnell weg ist. Also, schau dir deine Hände ab, und schau dir die Probleme. Du verstehst? Es ist zu viel passiert, heute Abend in den Städten. Ich beginne Probleme. Ich versuche es. Okay, Kapitän Big Nuts, wir verstehen. Aber ich fange auf dich, wenn du etwas in der Stadt endstimmst, während du in der Stadt bist, und du bist fertig. Jetzt schau dir das. Ich habe nichts mehr zu machen. Jesus. Okay. 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 Ich bin in und weg, so schnell wie ich kann. Ich bin genau eine Möglichkeit, diese Zeit nicht. Hey, was ist das Problem? Du hast hier eine Art Geschichte, die ich sollte wissen? Nicht wirklich. Ich habe nur... Ich weiß, was die Menschen sind. Hey, Hobby. Was... was ist? Ich wollte gerade sagen, wir hoffen. Ich wollte gerade sagen, wir hoffen. Nologist. Hey, ich bin jetzt weiter im Ohne. Ja. Ich bin immer wieder in einer Art Geschichte, als auch in dieser Stelle. Ohne Worte. Ich habe nie gesehen, wie im Jahre alt. Ich bin immer noch in einer Art Geschichte in der Stadt noch nicht. Ich muss mich ernst nehmen und hinterher. Sahne. O, was soll ich machen? Ich weiß nicht. Wollen, wenn du... einen Freund sind in der Zeit? Das hört sich nach einer Idee an. Können wir hier raus? Ne, okay. Schauen wir uns mal den Beertisch. Ja, das soll ihr Besten nicht unterbrechen. Halber. Chess. Nicht wirklich mein Spiel. Ich glaube, Gabe hat es gespielt. Ich weiß nicht, ob es aufgelistet ist. Ich glaube, ja. Spiel deine Hand. Du wirst verlieren, aber du musst es nicht in slow motion machen. Ich weiß nicht, dass du ein Spiel hast. Das ist mein Spiel. Sicherlich. Du bist immer ein Smartass. Aber es wird nicht funktionieren. Entschuldigung. Oh, du wieder. Du hast ein paar Bewegungen. Ich gebe dir das. Hold auf einen Moment. Ich weiß nicht dich von irgendwoher? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht. García. Javier García. Aber was ist das? Ich glaube, du hast auf die Gämmelung. Ich glaube, du hast auf die Gämmelung. Ein Leben langsamer. Scheiße. Du solltest du eine 20 Jahre langsamer. Und wie ich sehe, nichts ist falsch mit bett. Du bist zu gewinnen. Und das hat ein Leben langsamer? Ich weiß nicht mehr, dass ich es nicht mehr so denke. Der Vergangen ist das Vergangen. Ich weiß nicht. Ich bin Count Rad. Ich weiß nicht. Schau. Ich komme nicht aus. Ich kann mich mit Popern nicht aus. Oh, ich bin so der alte Glücksspieler. Das ist ein Körgeräusch. Oh, ja. Und wer bist du, ein Körper? Ein Körper oder was? Weil ich nicht einfach schrecklich schreitze, okay? Sie braucht einen Körper. Sie kann sich selbst beziehen. Ich glaube. Ja, du kannst sogar nicht sagen, dass die Blutten, die ich dir verabschiede habe. Oh, hey, Glenn, komm mal. Er weiß, die Blutten nicht funktionieren. Hör auf ihn. Er ist nicht sogar nervös. Ich könnte es sterben, wegen seiner Blutten. Unvergültig. Unvergültig. Schau dir! Äh, 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 wo buchen wir uns alle mal wieder? Äh, 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 äh äh, ıh? Oh, cool down, huh? You were acting crazy, I was too. We just got a little out of hand. That's all. Just give me what I'm owed. Jesus, you gotta get her under control, man. This ain't no way to do business. Oh, you're ever wrong, buddy. I don't control her, which looks like bad news for you. We had a deal. Alright, hey, okay, alright, so hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Oh. Oh, no, oh, no. Drop the gun right now. He attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you. Eli attacked him. I only shot because... Shut it. You done enough talking. Drop it. There's a herd out there and you're firing off a fucking... What the fuck happened here? He attacked Javi, okay? It was self-defense. Enough from you. Does she really have to shoot? Oh, now I have to shoot. Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do here. Hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. Got something nerve coming in and fucking up my bar. The Entschuldigungs... Conrad? I'm about to punch your fucking lights out. Both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Dankeschön. Hey. Thanks for having my back at the hangar. That was, um... That was cool of you. I wasn't sure there for a minute. Yeah. Well, now you really owe me one. Because you put my ass on the line with these people and they barely know me. I know. And I'm... Well... I'm saying thanks. Mhm. The answer was just yes. That was not so. Don't think this makes us friends or anything. Hello? Oh, hello? I'm Eleanor. I'm what passes for a doctor around here. Tripp sorta overdoes it sometimes. I hate that I'm treating you in a cage. Like you're some feral animal. Can you just... I don't know, just let us out? Seriously? Look, you said it yourself. Tripp overreacted. Look, I'm just here to clean up your laceration. Now, let's see about that wound. Yeah, he got you good. Try to hold still. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks equal bad behavior or something. I've never understood it. Are you calling me pretty? Hm. I was talking about Eli. The dead guy. Oh. Yeah, good. Because I prefer dashing. Or debonair maybe. Aua. Yeah. I'll try to keep that in mind. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking. What did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? That guy had it coming. Believe me. Karma, justice, you call it whatever you want. Fuck that bastard. Hey. Okay. If you say so. Best thing is probably for you two to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's... If there's anything I can do to help. Well, not that I have much to offer you, but... I know a thing or two about losing family. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been... Pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Just about. All right. All right. Here's what we're gonna do. I'm driving you that junkyard myself. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms, and on my timeline. You got me? No way. I need to get back on the road ASAP. Javier, I'm not negotiating here. Trip, it doesn't seem right to wait. Javi's people, they can need a medic. No way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Hmm. 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 That tells me Trip won't be too happy about you sneaking us out the back door. He'll get busy, but he'll get over it. Sometimes with him, you gotta ask for forgiveness rather than permission. Anyway, think about it. I've got to check on some patients, but I'll be back in an hour. Yes, okay. You know? I never would have guessed she had a dinner. Yeah. She's... She's something. The thing is... Nobody meant to go away.